Du hast hier also große Sorgen um unseren Planeten gemacht, das ist richtig raus hier. Nochmal ein Zwischensatz, alle bitte aufschließen auf das erste Fahrzeug. Bitte aufschließen, der Zug ist zu lang geworden. Der Zug fürs bedingungslose Grundeinkommen kann nicht lang genug werden. Wie recht du hast. Die Banker hatten lange Weile, da stritten sich die Bankenteile. Gar heftig und mit viel Geschrei, wer wohl der Boss von ihnen sei. Wir sind der Boss, sprach das Volk. Ihr Banker, ihr seid doch ein bisschen Volk. Und dieser Beitrag kam vom Tontechnikwagen hinter uns, der hier heute bei der Demo mitmacht. Der uns die Technik, der beiträgt zu dem Ganzen, dass wir überhaupt zu hören sind. Und dass unsere Statements und unsere Reden zum bedingungslosen Grundeinkommen zu hören ist. Das ist vom Entertainment Musik ein Wagen, der für hochfeste Hochzeiten, vor dem IW2 nach Feiern Heubodenbetten und Kanu-Tourismus zu gewinnen ist. Das Ganze in Levin, das würde ich mal hier noch mit rüberkriegen wollen, dass wir da Interesse hatten. Auch er braucht Arbeit. So, wer ist der Nächste, der ran möchte ans Mikrofon? Na dann, du bist... Ich bin Hubert Kern aus der Pfalz. EG-Aktivist seit vier, fünf Jahren. Und mein Künstlername ist der Fuchs Deibels Wilde. Und ich engagiere mich, deswegen gehe ich gerne. Ja, das war auch für mich. Ja, muss ja nicht immer da lang sein, ne? Dankeschön.